Ach ja, endlich ist er tot. Da landen wir in den Sack. Hoppen wir mal. Die haben wir doch noch. Die haben wir da noch. Da landen wir noch. Ach. Ja, wir müssen da rüber, oder? Die brechen bestimmt auch noch rein. Oh, oder auch nicht. Aber der wird uns auch wieder kommen. Der wird definitiv doch wieder kommen. So, bevor ich da jetzt reingehe, ganz ehrlich, das mache ich nicht normal. Das mache ich nicht normal mit. Ja? Geht's uns? Auskaufen jetzt. Es sind zwar noch welche, aber... Da kann ich das verstaunen. Besser verstaunen, das kommt da hin. Und da auch noch mal... ...den Platz wieder. Sich an. Zack. Was? Hier noch. Entweder kommt jetzt der Vater noch mal, was ich aber eher nicht glaube. Ich glaube eher die Mutter kommt. Die hält uns eine Waffe an den Kopf. Irgendwas mit der jetzt... Jetzt bin ich überrascht. Ich will dir helfen. Ich hoffe, Sie verarschen mich. Sie sind Ihre Mutter. Also rein hier. Du verstehst das nicht. William ist da draußen. Und wenn ich ihn nicht stoppe... Dieses Gespräch ist vorbei. Warte. Warte. Ich kann etwas tun. In meinem Labor. Es ist nicht weit. Mami? Es ist nicht genug Zeit. Millionen Leben sind in Gefahr. Ich hoffe, die verarscht mich. Sherry, keine Sorge. Ich hole dir alles, was nötig ist, okay? Wieso tust du das? Weil es richtig ist. Danke, Claire. Ja, ich lasse die Cam jetzt mal eine Weile aus, weil... Na klar, lauf erst mal. So, wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir denn jetzt hin überhaupt? Was soll denn hier noch sein? Wollte ich mich jetzt verarschen. So, wo sollen wir denn hin? Na, mein Lieblings? Na. Ehh. Ich sache jetzt nicht. Ne? Ich habe Laborgeil. Schön. Wo ist das, Labor? Oh. Oh. und da ist der kanal steckdose steckdose was ich glaube ich musste ich mal ein bisschen liegen lassen lang ist ja klar wo wir lang müssen sagt ihr labor ist nicht weit Ja, ich dachte sie, ein Scheiß. Die stammt es. Ja, warte mal. Alles wird gut, alles wird gut. Wir kriegen das hin. Was kriegen wir denn, Sherry? Wir sind fast da, Sherry. Wir sind fast da. Oh, gut. Die Seilbahn. Oh, gut. Hier. Okay. Da wären wir. Halt einfach durch, Sherry, okay? Dir geht's bald wieder gut. Hm. Okay. Sollte alles überprüfen. Es gibt kein Zurück. Da hast du recht, Mädel. Recht. Möchte hier rum. Weißt du? Weiden Seiten fahren. Kann man nur in eine Richtung. Ja. Ja. Achso, genau. Ich wollte ja noch nach unten. Ich wollte ja hier noch gucken, weil... ... So. Lass doch jetzt bitte keine Monster sein. Ja, gut. Hier unten war ja noch einer. ... Also da... ... ... Oh, Mann. Ja, Mann. So. Jetzt ist es hier hin. So, im Vorratsraum. wir sind jetzt dass wir uns jetzt links steht unter da machen wir doch wo ich bin ich etwa machen wir doch gewesen das war denn damit steckdosen und hier das auf blau markiert das ist alles ja und hier ganz hinten ganz hinten rechts links dann haben wir das erledigt ist dann nichts mit in der mitte was haben wir müssen von da aus back dahin aber die tür kriegen wir nicht auf indem wir nicht kamen irgendwie müssen wir doch da rein hier geht es ja dann weiter oben haben wir nämlich noch den steuerraum ja ich weiss wo das ist dann weiß ich natürlich wo lang ja schön hallo ja da können wir ja nicht weiter wir müssen ganz zurück in die steuerraum unten du lebst ja immer noch ein kleiner so guck mal hier da haben wir doch noch gar nicht oder genau dann kann er noch mal in der Pause wird da wird da hingehen wird da raus hier hin dann sind wir jetzt mal da wenn wir noch mal da sind nein, du bist da und da, danke und damit kannst du da noch mal na moin genau genau, und da kommen wir noch da hinten und das mit mir rein so mal zack durch genau ist da wo die Monster ich bin da durch ich bin doch nicht mich nehmen da hin kommen wir gar nicht okay okay da alle ohne gut na mehr, noch mehr das ist gar nichts mehr das ist gar nichts mehr wir müssen da rum noch mal abkürzen sonst ist hier ja nichts ich sehe was ich sehe was okay, warte mal da gucke ich aber mal ganz kurz nach gucken dann wo haben wir das denn da und dann da da z z f s z f ist richtig cool da drinne noch mehr money 200 wo ist jetzt er ist gelootet alles klar einspritzungskammer einspritzungskammer so hinter mir noch mal runter ich bitte kannst du die landkiste oder wie das heißt ja nicht nein ja dann gehen wir da runter dann gehen wir die kanal die kanalisation das ist nämlich die falsche richtung das weil ich schlau rüber wenn ich schlau tue so ja moin so wir können einfach durch das problem ah so so das das ding ist dumm und da kamen wir eigentlich okay, wo kommen wir denn vielleicht da ja da kommen wir gar nicht hin wenn ich jetzt er bin kann ich hier hier was übersehen hier was übersehen hier hier wir haben auch keine treppen noch ja das ist Bitte? Ach ja moin! Fiegerchen! Ich glaube hier Muss ich gleich noch mal in die Schachtregel holen Und dann Ach siehste mal hier sind wir Alles klar Stimmt und hier bin ich ja das eine Mal nicht weitergegangen Ich erinnere nie Komm her Junge Auge weiter aufmachen Ich bin hier 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 Leider lang Wo du jetzt bist Manchmal kommt Und Hallo Ja Nummer 2 Nummer 3 Nummer 3 Nummer 3 Nummer 3 Nummer 3 Nummer 4 Nummer 4 Nummer 4 Nummer 4 Nummer 4 ja was sind wir denn hier da kommen wir da runter müssen wir da wieder ich glaube der ist dann rot ich weiß nicht warum so ah siehst du jetzt ein Video genau das war das Monster was wir gesehen haben das war es ja das geht dann eben gut das geht dann eben gut das geht eigentlich nur ab hier lang wir fahren hier gerade was ist denn bitte hier wie kommt man denn oder ist das Büro jetzt dann hier weil sonst haben wir ja alles alles erreicht hier also ich bin da so weit es sieht nämlich so aus als ob wir da nur mit der Seilbahn hochkommen weil es liegt ja auf der Ebene also kann es ja nicht sein wie ist das ach wir müssen ja dann brauche ich ja doch nochmal einen Stein gut dann weiß ich auch wo 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 das Tor öffnen können das Tor öffnen können das Tor öffnen können das Tor öffnen können ich werde natürlich gleich mal gucken können welchen Spielstand wir denn genau haben ich kann die ja immer noch wegschmeißen die sind jetzt sowieso in 10 losgegeben die sind jetzt sowieso in 10 ähm ja welche ich bin da ja früh war es ein König der Turm oder nimm mal den Turm nimm mal die beiden mit dir ah da brauchst du jetzt aber nicht so zu stöhnen das kriegen wir auch nicht ja das mach ich nochmal ich hoffe ich bin zwar ein bisschen länger aber das macht ja nischt ich glaub wieder falsch meine Güte hier hin dann links rum dann links rum Moin was denn hier was denn hier Dude wo waren das noch verdammt ähm ach ja 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 ich glaub ich war jetzt wieder da durch so rechts jetzt oh wieder raus da los einmal los bitte zack ja ich hab natürlich vergessen wer hier jetzt rein muss aber ich mein das war der Tor nicht ich hab noch vor das war die spielschule ja das war streng was baue ich hier für da ich hab noch mit dem da Find ja wegen nicht das ist das ist ich Und ich guck mal was ich dafür brauche und nehmen wir uns gleich wieder, hier ist ja sonst nischt, da komm ich jetzt irgendwo runter, ah guck mal hier ist ja nichts mehr, ich muss ja da hoch, denn da gehts ja weiter. Jetzt habe ich gesagt ich guck mal hier drücken, ich guck mal ganz kurz was kommt und wir haben das schon wieder. hmmm, schön, wenn man ein Gesicht reintritt. Nein, das kann ich nicht. Gut. Ich bin hier auch.